So, wir lieben die Kontraste auf Klassik und Pop. Ich weiß nicht, ob Sie Pop lieben. Die Älteren unter Ihnen werden vielleicht ein bisschen laut. Das hat auch Wilhelm Busch schon gedacht. Er sagte, Musik wird störend oft empfundenderweise mit Geräusch verbunden. Das war er auch kein Pop-Fan. Aber wenn der seine Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelin gekannt hätte, hätte er das nicht gesagt. Unsere Künstlerin, die ich jetzt ansage, heißt nämlich Kate Bush. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob die mit ihm verwandt ist. Das ist sehr unwahrscheinlich, es fehlt ihr nämlich das C. Sie schreibt sich nur B-U-S-H. Nun könnte sie das natürlich gegen ein hohes C eingetauscht haben, das sie singt. Aber ist auch egal, das weiß ich nicht genau. Was ich genau weiß, ist, sie ist zum ersten Mal in Deutschland, zum ersten Mal in ihrem Leben geflogen, hat zum ersten Mal einen Rosenmontagszug gesehen, macht in diesen Tagen ihre erste Platte und dies ist ihr erster Fernsehauftritt. Und wenn Opa Bush den gehört hätte, hätte er gesagt, Musik wird störend nicht empfunden, solange sie mit Kate Bush verbunden. Hier ist sie, Kate Bush. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020